Seit Wochen fehlt von süßem Couple-Content jede Spur bei Rekada Ratz und Maurice Givak. Nun meldeten sich Frauen zu Wort, die bittere Fremdgeh-Vorwürfe erhoben. Oder sind die beiden längst getrennt? Was ist bei Rekada Ratz und Maurice Givak los? Obwohl die beiden schon bald als Paar die Herausforderung Sommerhaus der Stars bestreiten werden, scheint von dem Teamgeist im wahren Leben nicht mehr viel übrig zu sein. Nach ihrem Liebes-Outing bei Are You The One? Reality-Stars-in-Love zeigten sich die zwei immer wieder verliebt in Netz. Von süßen Pärchenbildern fehlt nun jedoch jede Spur. Jetzt kam es jedoch noch einmal richtig dicke, zwei Frauen meldeten sich jetzt zu Wort und ließen pikante Details durchsickern. Maurice Givak? Ist er seiner Freundin Rekada Ratz fremdgegangen? Auf Instagram meldeten sich die Dating-Naked-Kandidatinnen Angie Teubner und Lena Maria Poser nun mit pikanten Informationen im Netz. Ein Mann soll sie mit derselben Masche angeschrieben haben. Und zwar habe er ihnen zahlreiche Komplimente gemacht, von sich selbst geschwärmt haben, dass er ein Ehrenmann sei. Das Skandalöse daran, der Mann soll vergeben sein und bald an einer Couple-Show teilnehmen. Ich könnte jetzt auch den Chatverlauf veröffentlichen, aber dann wäre er im Arsch verraten sie. Bei dem besagten Mann soll es sich um Sommerhaus der Stars-Kandidat Maurice Givak handeln. Hat er seine Rekada Ratz etwa betrogen? Oder hat sie doch der berüchtigte Sommerhaus-Fluch erreilt und sie sind schon längst kein Paar mehr? Die beiden Reality-Stars äußerten sich selbst noch nicht zu den Trennungsgerüchten. Bleibt abzuwarten, was zwischen ihnen im Sommerhaus der Stars passieren wird.